Meine Lieblingssorte ist die Lovely India Sorte, weil ich Honig so gerne mag. Die Zubereitung ist ganz einfach. Man muss einfach ein bisschen von dem Pulver reinschütten in die Tasse und Wasser drüber kippen. Und schon ist ein toller Chai Latte-Therde. Rüger Chai Latte, so bunt wie das Leben selbst.